ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Nein, ich mein Bei unserer gemixsten Herkunft da können wir eigentlich schon alles wieder machen Genau Nein, wer brennt mich hier an? Ich hab überhaupt keine Ahnung, wo ich was hinbauen könnte was irgendwie sinnlos wäre was sinnlos ist, ja das weiß ich Ich sag immer was hinbauen, wo was sinnlos ist, das krieg ich hin Die blauen übernehmen den Schritt, glaub ich Oh ja, richtig derbe Ja Ich glaube auch Ich Ich glaub, dann wird es halt auf die Motivisten Ja Das hätten wir schon von Anfang an tun sollen Ja, aber komm mal auf die Idee Mit dem Fisten, okay Stimmt, dann aber auch wieder Fisting Weil du denkst ja nicht direkt nach So, ach, fiste ich dir auch mal Er verklockt nicht mit Boxer an Schuhe Er verklockt nicht mit Boxer an Schuhe Er verklockt nicht mit Boxer an Schuhe Ach, jetzt seh ich, das Papier anbrennt Ich bin da und Ich bin da und Ich bin da und Ich bin da voll weit Ja Bist du auch einer, äh, Ferdi? Äh, ne So So So, diesen Punkt, den müssen wir verteidigen Und die müssen wir einnehmen, oder wie Städte für ein, äh, ein neutraler Punkt Das versteh ich den ganzen Sinn jetzt hier auch Ja, ne, ich bleib mal Ingenieur und ich versuche hier mal irgendwas aufzubauen Vielleicht kriege ich den ja sogar hin Vielleicht kriege ich den ja sogar hin Natürlich, der Scout hat mich wieder gewischt Und die blauen haben wir jetzt Vorsicht Helfer Links um die Ecke Ah, die ist schon kaputt Nein, wer war das? Nein, wer war das? Oh, schützin Oh nein, ich brenne schon wieder Ich hab zwei Errungenschaften gekriegt Ingenieur Meilenstein 1, ein Dock Laden und Schuss Ich hab selbst das Ziel bekommen Für Das weiß gar nicht für wen Für den Ingenieur Cool Boah Benutz nicht den rechten Ausgang Wenn ihr in der Lobby seid Warum? Weil da irgendwo ein, äh, Spion direkt hinter der Tür wartet Sobald du rauskommst Okay Der dich stört Alles klar Ich hab richtig coole Waffe bekommen Ich hab richtig coole Waffe bekommen Ah, ich bin bei 1. Teil der zerflatscht. Ob die Send-Wir jetzt hier richtig Sinn macht, weiß ich auch nicht. Ich bin ein Fan davon. Ach, da war ein Dispenster nicht aufgestellt. Ich bin völlig behindert heute. Ach, ich bin schon hier. Von hinten wieder. Ah, schon 60 Sekunden zu Ende? Was ist los? We have captured the control-point. The control-point has been captured. Ich komme aus der Hilfe. Ich hole einen Heavy-Typ raus. Nein, das habe ich fertig gemacht. Ich hole die Heavy-Gun. Mach das. Da bin ich. Komm her. Ich wohne. Team Rot gewinnt. We have won. Prozent er ist ja cool wir müssen die Möbelung Lachnitz hier so er ist schon in Ordnung ok wurde alle in der Wunsch in der Lobby gewartet haben dann in der ganzen außer der Matze der musste wiederum mit was so hoch da lacht er nicht kaputt er Hey. Ja, hey. Wer war da? Alles klar. Dich merke ich mir. Ich habe nur noch einen. Ich versuche jetzt nochmal mit dem Engineer etwas aufzubauen. Ihr seid ein Kontrollpunkt? Ich komme da jetzt wieder rein. Ich bin jetzt da. Ja, der hat mich auch erwischt. Oh. Wo war das? Hat er gesagt? Protect what? Dein Vater ist er. Kaputt ist er. We have captured the control point. Take my turn, bye. Korrekt. Nein. Und ich bin so. Hinter dir war einer. Mhm. Habe ich gemerkt. Ich bin schon wieder down. Ich bin schon wieder. Auch ich versperre da jemanden Büchsen in die Gegend. So eine wieder. Ohne wieder mal. Ich bin mal lecken. Wenn wir nichts tun, dann machen wir gerade Ja, ich bin da auch jetzt Nein, Hilfe 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 Hallo, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, wie man auch die Gruppe wechseln kann Von Rot auf Blau Auf Punkt Auf Punkt drücken, das reicht Nein, aus allen Ecken Zweiten, verbrennungsweiten Grades Spielt echt Pyro, ich werde gekloppt Oh nee, die haben übernommen Die haben übernommen Die haben übernommen Ja, das war's. Da hat jemand einen Cochtop auf den Kopf EIN COCHTOP Ja, Spy von hinten Okay Ich komme Wie schnell wie schnell geht mit hier Na egal, ich hab ein bisschen schar gemacht Ich kriege eine Errungstelle nach der nächsten Lagerfeuer, Duo-Brand Das ist ja wieder blau Ich kriege die Krise Ne, neutral Oh, das ist ja blau Von Treuepunkt Mischung endet in 30 Sekunden Ach ey Hey, wir haben gewonnen Erobern sie innerhalb der Kacke Och, ich nehme mal hier so einen Granatenwerfer-Typ Hier in der Raketenwerfer-Kacke Ich bin wieder auf skateboarden Oh, ich nehme mal hier so einen Granatenwerfer-Typ